servus miteinander und willkommen bei einem neuen tipps und tricks video meinerseits heute geht es um das thema in video control panel 2023 jetzt denkt sich im moment weil wir haben noch 2022 ja es ist richtig allerdings wird wahrscheinlich vor 2023 kein neuer treiber mehr von wir erscheinen daher ist es alles aktuell so zuvor wir natürlich starten ladet euch immer geforce experience runter und sorgt dafür dass sie hier unten bei einstellungen erst mal die force experience rein geht und schaut dass sie hier auf jeden fall immer noch updates sucht und schaut ob es den aktuellen treiber darauf habt ja wir haben den aktuellen treiber drauf hier können wir noch kurz gucken was genau hier sieht man die technischen sachen von pc das heißt ich habe jetzt eine neue grafikkarte seit dem letzten video dadurch damals noch eine gtx 1660 super jetzt habe ich eine rtx 2080 und einen allen motor vorher hatte ich einen 144 hertz full hd und jetzt habe ich einen wqhd mit 165 hertz der allerdings auf 120 hertz läuft weil mehr frames krieg sowieso nicht mit der 2080 hin genau 16 gb arbeitsspeicher und meinen alten acht kerner so hier sind ein paar sachen die ihr euch mal anschauen kannst spiel und optimierung und so zeug ja aber dass wir soll es nicht um das hier gehen sondern soll um was anders gehen und zwar um die nvidia control panel systemeinstellungen so und zwar das ist erstmal erschlägt einen direkt als erstes geht es erstmal hoch auf bild einstellungen mit vorschau das ist so eine grobe richtlinie schon mal wo es denn hingehen soll mit eurer grafikkarte was wollt ihr wollt ihr die 3d anwendung entscheiden lassen das heißt das programm jeweils das ihr startet oder das spiel das ihr startet oder sagt ihr ihr möchtet bevorzugte einstellungen möchtet ihr auf qualität gehen oder auf leistung ich sag mal leute mit einer starken grafikkarte ich sag mal ab 2070 sollten vielleicht auf qualität gehen ich sag aber trotzdem ich möchte die 3d entscheidung anwendung entscheiden lassen weil ich meine geist meisten grafikeinstellungen dort machen allerdings gebe ich der karte schon mal vor in den 3d einstellungen da kommen wir jetzt zu wie sich verhalten soll und zwar habe ich das nach jetzt aktuell mit meiner grafikkarte noch nicht gemacht deshalb mache ich zurzeit live für euch entschuldige mich noch mal für meinen husten ich habe es bin immer noch nicht ganz fit übrigens vielen dank für alle die mir gute besseren gewünschen haben echt nett von euch so als erstes übernehmen wir die einstellungen von der bild einstellungen was wir gehabt haben hier geht es unten auf übernehmen jetzt dauert es eine weile bis ihr das übernimmt genau so dann legen wir mal los bild einstellungen bild skalierung so da kann man einstellen das habe ich früher gemacht und zwar mit der 1660 super habe ich das auf schärfen gestellt und noch dazu auf habe ich die feinkörnung glaube ich waren es auf 0,17 gestellt das ist jetzt nicht mehr notwendig ihr braucht das nicht mehr machen das heißt bild skalierung könnt ihr auf aus ihr könnt es mal das gerne testen in spielen wenn ihr das anmacht und schaut wie das bild geschärft wird mir hat es nicht gefallen mir wird es zu kannte ich deshalb habe ich es auf ausgelassen anisotrope filterung das kennt ihr das typische was in euren grafikeinstellungen in jedem spiel eigentlich vorhanden ist ich sage immer anisotrope filterung lasse ich anwählungsgesteuert weil im spiel könnt ihr selber entscheiden was für eine grafik ihr da haben wollt und wie die filterung wie hoch die filterung sein soll also gebe ich ihnen jetzt hier nicht einen fixen wert vor weil es macht sonst keinen sinn so FXAA hatte ich letztes mal auf jeden fall auf ein und das machen wir diesmal auf aus warum FXAA ist eine Art Kantenblättung die aber schon mittlerweile sehr sehr in die jahre gekommen ist und mittlerweile setzt eigentlich jedes spiel auf TAA oder TXAA das ist die temporäre Temporal Anti-Aliasing das heißt er ladet die Daten oder die wie sagt man das zu glättende Element in den Speicher rein und sobald die da vorbeigelaufen sind schmeißt es wieder aus dem Speicher raus und die GPU hat Platz für neue Kantenblättungen also für neue Elemente zum glätten das ist eine sehr sehr sparsame Methode die TAA und TXAA das ist auch gut so weil dadurch habt ihr mehr Frames genau also FXAA ist veraltet brauchen wir nicht mehr Anti-Aliasing ist hier auch schon grau hinterlegt da wir das hier schon ausgeschalten haben bleibt es auch auf aus Anti-Aliasing Gamma Korrektur so jetzt können wir mal schauen das finde ich etwas ja ich bin da etwas zielgespalten angeblich soll das Qualität und Farbe von Bildern verbessern ich weiß nicht ich würde es mal anlassen falls ihr nämlich TAA und TXAA nutzt macht er automatisch Glamma Korrektur obendrauf und ja so Anti-Aliasing Modus ähm so das haben wir auf Anwendungs gesteuert das ist das wie ich euch gesagt habe ähm ähm da geht es darum um diese ganzen äh ja um den Modus eigentlich nicht FXAA wie zum Beispiel hier das ist auch ein Modus und hier können wir dem eigentlich schon vorgeben ähm die Anwendungsersteuerung erweitern das heißt wir können eben auch ganz klar sagen was für eine Anti-Aliasing er nutzen soll aber das ist das ist ja auch Schwachsinn weil jedes Spiel eine andere Anti-Aliasing Variante nutzt genau Anti-Aliasing Transparenz dementsprechend natürlich auch aus so jetzt geht es los Aktualisierungsrate LG Monitor so ich habe letztes Mal euch immer gesagt äh für die beste Qualität höchste verfügbar ja sollt ihr auch machen ich mache es nur jetzt nicht weil ich meinen Monitor obwohl er 165 Hertz kann ich ihn nur auf 120 Hertz laufen lassen ihr aber stellt es bitte auf höchste verfügbar damit euer Monitor auch das bringt was er kann und ja für alle die eine starke Grafikkarte haben natürlich ne jemand der eine schwächere Grafikkarte hat äh könnt ihr das Anwendungsgesteuert lassen oder wie ihr wollt also 60 Hertz Monitor braucht ihr jetzt dann nicht großartig hier oben machen das ist egal Cuda GPUs ähm ganz wichtig Cuda entweder arbeitet mit Cuda ist aber sowieso standardmäßig eingestellt alle von daher ähm ja gibt es nichts mehr dazu sagen so DSR Faktoren das ist genauso wie ich das letzte Mal gesagt habe ganz ganz böse nicht machen und zwar DSR ist folgendes ihr müsst euch vorstellen ähm ich kann das hier jetzt auf 1, irgendwas stellen das heißt also ihr zeigt es euch dieses Mal an das ist nämlich der neue Grafikkartentreiber letztes Mal hat es das nicht angezeigt da waren hier bloß diese 1,5 178 und so weiter angezeigt aber es heißt nicht hat nicht gezeigt was es bedeutet jetzt habt ihr einen schönen Überblick und zwar wenn ihr das einschaltet dann rechnet die Grafikkarte mit dieser jeweiligen Auflösung obwohl ihr die gar nicht nativ eigentlich auf dem Monitor habt angeblich soll das das Bild verschönern ich sag das ist absoluter Schwachsinn weil dadurch macht ihr eure also setzt ihr eure Grafikkarte nur unter Stress und äh es bringt es eigentlich nicht das ist echt Schwachsinn also wie gesagt und ich würde gar nichts davon einschalten also wie gesagt schaut sich das mal an da kann man die Grafikkarte ums Vierfache der Auflösung kann man das äh kann man berechnen lassen also das ist für die Grafikkarte die Hölle da brechen eure Frames total zusammen also das lassen wir schön auf aus DSR Glättung dementsprechend auch auf aus Dreifachpuffer auch auf aus warum Dreifachpuffer ähm braucht ihr nicht das ist anwähungsgesteuert meistens ist auch von dem Video auf ausgestalten weil braucht ihr nicht äh die dreifachen Speicherladen bzw. die Daten werden halt gepuffert und schon vorbereitet braucht ihr nicht Energieverwaltungsmodus so ich sag immer optimale Leistung ähm für die Leute die was Performance wollen immer maximale Leistung ne adaptives Wurscht können sie vergessen aber für Leute die was jetzt wirklich alles aus ihren Rechner rausholen wollen dann auf maximale Leistung und dann geht die Grafikkarte ab wie Schmitzkatze ne also von daher Energieverwaltungsmodus ich hab optimale Leistung genommen weil ich sag euch gleich warum ich zeig euch das kurz weil ich meine Grafikkarte hier selbst steuere und zwar äh falsche und zwar seht ihr das ich hab ihr eine Linie vorgegeben und zwar hab ich ihr gesagt wie viel Strom sie fressen darf und was für einen Intakt sie haben darf maximal und warum ganz einfach weil ich will dass die Karte bei 60 Grad beziehungsweise was haben wir hier gehabt 61 maximal mal ähm ja dass sie schön kühl bleibt die Karte und die Performance reicht auf jeden Fall aus um 120 Hertz darzustellen von daher deshalb gehe ich hier nicht auf volle Leistung maximale Leistung sondern auf optimale Leistung Hintergrundanwendung maximale Bildfrequenz die könnt ihr einstellen das habe ich letztes mal gemacht äh könnt ihr einstellen müsst ihr aber nicht einstellen ich sage euch auch gleich warum weil ich mittlerweile einen G-Sync kompatibel im Monitor habe das heißt äh ich hab später zeige ich euch das in der Auflösung da habe ich sowieso die Herzzahl eingestellt das heißt die Bildfrequenz geht auch nicht drüber das heißt genauso wie maximale Bildfrequenz braucht ihr nicht einstellen außer ihr möchte wirklich äh dem der Karte oder dem Monitor einen Rahmen vorgeben aber das könnt ihr alles hier bei Auflösung einstellen das zeige ich euch gleich ähm Modus viel geringe Latenz jetzt ja wird es interessant da schneiden sich auch die Geister ich sag ich würde es auslassen und warum weil eigentlich wenn man einen Monitor hat der V-Sync hat oder bzw. V-Sync ist jetzt Schwachsinn ähm ähm G-Sync kompatibel ist wie wie meiner hier zum Beispiel hier oder ähm dieses äh wie sagt man von AMD heißt es doch dieses äh Freesync Plus oder Freesync Premium hat ähm dann braucht man ähm das nicht weil Latenzen ist wirklich bloß ich sieht man das ist auch die Schütztorten minimiert der Modus Latenzzeit von V-Sync und G-Sync ähm ähm braucht man wirklich nicht das ist wirklich so minimal ähm ähm ja also ich glaube nicht dass das jemals jemand äh Latenzprobleme hatte aufgrund dessen diese Einstellung also von daher meistens hat sie Latenzprobleme aufgrund der Serverauslastungen in einem Spiel und das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun von daher genau ähm ähm Monitor Technologie jetzt geht's los ähm ich könnte hier eine feste Aktualisierungsrate geben ich habe G-Sync Kompatibilität angekollt also angeklickt ähm jetzt wenn ihr einen Monitor habt der keine G-Sync Kompatibilität hat ähm ähm steht hier entweder auch Freesync kann da stehen ansonsten macht sie eine feste Aktualisierungsrate äh könnt jetzt das einstellen was weiß ich äh äh ja die könnt ihr oben einstellen auf 60 oder 120 oder sonstiges wie ihr halt lustig seid also ich würde grundsätzlich alles hier bei Auflösungen einstellen aber das zeige ich euch jetzt wie gesagt gleich so Multiframe Anti-Aliasing ähm ähm ja vergesst das lasst es auf aus was ist Multiframe Anti-Aliasing? äh das war 2014 mal von Nvidia ein Versuch eine neue äh Anti-Aliasing Möglichkeit oder beziehungsweise ja eine neue Anti-Aliasing Version herzustellen oder äh rauszubringen das hat in allen Spielen wunderbar funktioniert die MSAA unterstützt haben ja äh äh fragt mich jetzt nicht was MSAA automatisch bedeutet äh äh ich glaube Multisample Anti-Aliasing glaube ich und äh das heißt hier äh äh Multiframe äh ja hier steht ja schon Multiframe Sampled also genau das hat in manchen Spielen wie zum Beispiel damals in Rainbow Six Siege wie es neu rauskam hat das äh zu mehr FPS geführt allerdings äh ja damals jetzt ist das echt wurscht weil mittlerweile ist Rainbow Six Siege in die Jahre gekommen und aktuelle Grafikkarten können das alle mit richtig viel FPS darstellen also von daher braucht sie das nicht mehr ist auch nicht mehr ratsam das zu tun OpenGL GDI Kompetitivität ähm ähm da geht es ja um die OpenGL Treiber ich hab das mal auf automatisch gelassen weil ähm ähm ich bin jetzt ich bau jetzt nicht unbedingt Leistung wenn ihr natürlich wie gesagt wieder alles aus eurer Karte rausholen wollt macht sie oder auf eurem PC macht sie Leistung ne dann rendern die GPU OpenGL da auf jeden Fall nicht automatische Auswahl nehmen weil wenn euer Prozessor zum Beispiel eine Grafikeinheit hat ja dann kann das durchaus zu Konflikten kommen deshalb ähm nehmt da und wählt da auf jeden Fall eure Grafikkarte aus dafür ist sie auch da dass ihr alles was hier zu rendern ist auch rendert so Shader Cage Größe würde ich lass das wie es ist ist Standardwert vom Treiber ähm Shader Cage heißt ähm wie viele äh Shader sind ja wie viele ähm ja Daten an ähm an in den Cage das heißt in so eine temporäre Ablagestation oder Ablage reinfügt um die dann immer griffbereit zu haben ne Shader Cage ist sozusagen ähm ich lade mir ein Teil der Karte vor oder der Map und hab sie dann immer griffbereit so hat sie das Bild dann halt flüssiger aus und ihr könnt es flüssiger spielen weil halt die Texturen alle im Cage bereits drin sind und äh schneller bereitgestellt werden können genau so Texturfilterung äh jetzt kommt ein richtiger Zungenbrecher Anisotrope Abs was steht da? äh Moment mal kurz Anisotrope Abs da was? Entschuldigung Abtastoptimierung mein Gott bin ich ein Trottel Abtastoptimierung ähm ja hier seht ihr schon ähm ähm es betrifft DirectX Programme lasst es es kommt nur schmal dabei raus ähm braucht kein Mensch Texturfilterung nativer LOD BIAS ähm da ist Clamp drinnen ähm den wie er sagt manche Anwendungen werden verwenden zur Schärfung der Texturen nativen LOD BIAS das ist dadurch wird das stationäre Bild geschärft bei beweglichen Szenen entsteht jedoch ein Anti-Aliasing Effekt so und jetzt geht's nämlich los Typische Anwendungsszenarios oder Veröhnungsszenarios die Option zulassen um höhere Leistung zu erzielen auf Clamp einstellen wenn die Anisotrope Filterung zwecks verbesserte Bildqualität aktiviert ist und jetzt hat wenn wir uns zurück erinnern an was 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 Moment mal ähm Anisotrope Filterung haben wir natürlich nicht drinnen haben wir auch ausgemacht brauchen wir auch nicht deshalb ähm ich würde es trotzdem auf Clamp stellen ganz einfach weil Texturfilterung Anisotrope Filterung stellt ja ähm alles im Spiel ein und dadurch sollte auf Quillt hier steht Bildqualität also ich bin eher jemand der dann bei 2k wie QHD mehr auf die Qualität vom Bild geht als auf die pure Leistung wie gesagt aber wie gesagt wenn jemand wieder mal alles aus seiner Karte rausholen will und jeden Frame haben will dann geht's ja auf Zulassen und ihr habt deutlich bessere Performance so Texturfilterung ist genau dasselbe da könnt ihr einstellen hohe Qualität Leistung hohe Leistung ähm ich hab ganz klar auf ähm Qualität gegangen weil hohe Qualität ist zu übertrieben da berechnet die Grafikkarte zu viel und Leistung hohe Leistung brauche ich nicht also wie gesagt ich möchte ein schönes Bild haben deshalb ist mir die Qualität hier wichtiger ähm damals auf meinen Full HD Monitor habe ich das auf hohe Leistung gestellt also um halt immer konstante 144 Frames zu haben ich muss aber auch sagen ich hatte damals halt nur eine GTX 1660 Super und da war es halt notwendig alles auf Leistung zu stellen sonst hätte ich da mit der Karte keinen Oscar gewonnen äh Texturfilterung Trader Optimierung könnte ausschalten wird sowieso ähm benutzt in den einzelnen Anwendungen in den Spielen oder sonstiges braucht sie nicht aktivieren so ähm Trader Optimierung erlaubt die Nutzung und was Vorteile mehrerer CPUs ja haben wir nicht wir haben eine CPU und daher ähm können wir das auf Auto lasten oder auf Aus ist eigentlich wurscht weil er sieht sowieso dass ich bloß einen Prozessor habe deshalb kann ich es auf Auto lassen brauchen wir nicht Umgebungsverdeckung so jetzt geht's los da solltet ihr äh dem Ganzen nicht in irgendeine Richtung drängen und zwar ist es nämlich so dass manche Umgebungsverdeckungen wie zum Beispiel NVIDIAs HBAO oder mehrmals HBAO genau HBAO ähm in den Spielen durchaus zur Auswahl steht oder SSAO das ist dann meistens das allgemeine die allgemeine Umgebungsverdeckung und die ist auch für AMD Karten geeignet und HBAO Plus und HBAO ist halt einfach NVIDIA Style und NVIDIA exklusiv deshalb ähm geht hier einfach auf Aus und entscheidet dann in dem jeweiligen Spiel was ihr da einstellst also Umgebungsverdeckung könnt ihr für fast jeden Spiel einstellen genau vertikale Synchronisation ähm das ist die V-Sync das habe ich auf äh äh Anwendungen also das soll auf Einstellungen für 3D Anwendungen verwenden weil ich ja G-Sync aktiviert habe und dadurch brauche ich V-Sync nicht so und hier steht auch dort das könnt ihr mal kurz lesen hier aus ermöglicht der GPU eine unbeschränkte Darstellung nach Aktivierungsrate das heißt das könnt ihr natürlich auch machen ich habe meine auf 120 Hertz halt gedrosselt äh ein beschränkt die GPU Darstellrate auf die maximale Aktivierungsrate ihres Anzeiges Gerätes ne das heißt das ist für mich auch nicht zutreffend schnell äh ist genau dasselbe ähm liefert eine geringere Latenz und äh wie gesagt auf adaptiv beschränkt die GPU Darstellungsrate ähnlich wie bei V-Sync nur dass man halt äh wirklich die ja Kompromiss zwischen Latenz und visuellem hat und eigentlich ja das die beste ja die beste zwischen Lösungszeichen ist Einstellungen für die Anwendungen so Virtual Reality ist für mich interessant weil ich keine Virtual Reality habe für alle die was hier was weiß ich HTC Vive oder eine Oculus Rift haben wäre das hier interessant da kann man Supersampling aktivieren ähm ist aber wirklich bloß für starke Grafikkarten also Supersampling würde ich nicht einfach so äh bei einer ähm ja schwächeren Grafikkarte nicht einmal bei meiner würde ich das aktivieren sondern ähm ja Supersampling wird halt alles viel viel höher dargestellt äh auflösungstechnisch von daher ja nur bei sehr sehr starker HW benutzen ähm vorgerennte Virtual Reality Einzelbilder das ist eigentlich wurscht das ist eigentlich wurscht das ist standardmäßig auf 1 gestellt das lasse ich einfach auf 1 weil wie gesagt hier oben ist es sowieso auf aus von daher ist es wurscht so äh Vulkan OpenGL Darstellungsmethode das auf jeden Fall Leute das ist ganz ganz wichtig auf Auto lassen weil zum Beispiel Red Dead Redemption Entschuldigung Red Dead Redemption 2 nutzt Vulkan als äh Darstellungsmethode ne als praktisch äh API und äh OpenGL halt für die meisten anderen Spiele deshalb wenn jetzt der denen sagt äh irgendwas davon hier anklickt dann zwingt es hier teilweise die Karte ähm etwas zu machen was eigentlich das Spiel nicht kann ne weil wenn das Spiel mir in Vulkan äh präsentiert wird kann ich nicht zu OpenGL wechseln das geht nicht deshalb lasst es auf Auto genau ähm so dann sind wir hier eigentlich schon durch wie gesagt ähm ich habe euch das jetzt kurz erläutert für Leute die Leistung wollen und für mich persönlich halt warum ich das so mache so wir übernehmen die Einstellungen kurz und switchen zu Surround ähm und PhysX ich guck kurz die Einstellung nochmal an ob alles soweit ist äh äh das haben wir alles gemacht genau G-Sync das haben wir gemacht Clamp Qualität passt also hier ist wichtig ähm Surround PhysX konfigieren ähm mit welch wer soll PhysX berechnen so PhysX wisst ihr ja das ist die äh ja Grafik äh eine Grafik Engine PhysX die praktisch euch wehende Blätter oder ähm ja Äste die sich bewegen oder so einfach Bewegungen also ich sag ja schon PhysX also alles was sich physisch bewegt die Grafikkarte ähm berechnen soll und da könnt ihr auch einstellen dass die CPU das machen soll also der Prozessor was absolut Schwachsinn ist weil für was habt ihr eine Grafikkarte ähm die soll natürlich die Arbeit machen für die Grafik deshalb stellt da auf jeden Fall eure Grafikkarte ein und nicht auf automatisch empfohlen so und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Auflösungen ändern so da ist wichtig ähm wie seht ihr euer Monitor hier ähm grün heißt G-Sync Competitivität äh kann bei euch anders sein und hier auf jeden Fall immer eure native Auflösung wählen das heißt ähm nicht mit dem 4K Monitor anfangen hier WQHD einzustellen oder FullHD einzustellen weil ihr denkt aha äh das reicht schon dann muss meine Grafikkarte weniger schuften ne das Bild würde absolut katastrophal ausschauen deshalb macht es äh auf immer native Auflösung und hier könnt ihr dann selbst entscheiden ja dem was ein Monitor kann ihr seht selber ich kann auf 60, 120, 144 und 165 einstellen jetzt denkt sich jeder warum hast du nicht 165 Herz genommen ja weil mehr Herz heißt besser flüssiger und so weiter ja ist alles richtig ich hab nur Entschuldigung ähm rausge- oh Gott Entschuldigung rausgefunden dass meine Grafikkarte in den meisten Titeln sowieso nicht über 120 Frames kommt äh eher drunter bleibt und äh deshalb macht es keinen Sinn ähm meinen Monitor einfach höher laufen zu lassen obwohl ich es überhaupt nicht nutzen kann also von daher habe ich die 120 Hertz eingestellt ich bin sehr happy damit ähm ich muss auch sagen zu 144 Hertz sehe ich keinen Unterschied 165 habe ich nicht ausprobiert aber ja da könnt ihr natürlich gerade bei FullHD Monitoren äh 144 Hertz oder maximal einstellen was euer Monitor hergibt so wir übernehmen das kurz native Auflösung das passt 120 Hertz so jetzt gehen wir ganz schnell durch Desktop Farbeinstellung müsst ihr gar nichts machen ähm das sind alles selber äh ja Sachen die ihr einstellen könnt Helligkeit Kontraste sonst was das könnt ihr alles da könnt ihr euch austoben und euer Monitor einstellen so wie ihr es gerne hättet ich lasse das alles auf Standard weil ich den Monitor direkt am Monitor selbst eingestellt habe und äh mir dort praktisch das Bild zurecht gelegt habe nicht hier in den Einstellungen Anzeige drehen das ist wenn ihr halt wirklich was die Anzeige schon sagt wenn sie drehen wollt ähm das ist vor allem interessant wenn ihr äh einen zweiten Monitor habt den ihr hochkant hinstellt und da vielleicht so einen Chatverlauf lesen möchtet da ist es vielleicht interessant dass ihr dann den Monitor drehen könnt ähm hdcp das ist ja zeigte nur an dass Grafikkarte mit Bildschirm vereint ist nächste Bildschirm ist wirklich wichtiges ähm digitales Audio einrichten braucht sie nicht ist absoluter Schwachsinn braucht sie nicht machen einfach weitergehen Desktop Größe Position anpassen so da könnt ihr jetzt hier auf Seitenverhältnis gehen Vollbild oder eigene äh ja keine Skalierung ich habe da auf Seitenverhältnis gegangen das heißt immer wo ich was ich gerade anschaue was ich gerade mache äh nutzt meine Grafikkarte den kompletten Monitor aus und genau dann hier sieht man es nochmal das ist die maximale äh Auflösung was man im Monitor haben kann hier steht 165 Hertz ja das ist er läuft zwar auf 165 Hertz ich sag ihm aber in Anwendungen selbst äh läuft er auf 120 Hertz so G-Sync jetzt ist es interessant so G-Sync ist so ähm wenn ihr einen G-Sync kompletten Modus habt ganz wichtig Fenster und Vollbildmodus aktivieren nicht nur Vollbildmodus das ist Schwachsinn ähm wenn dann wollt ihr natürlich immer dass die Grafikkarte mit dem Monitor am besten kommuniziert und das geht immer mit G-Sync so genau ähm natürlich wenn ihr äh amd ich werde es ja nicht in amd Grafikkartentreiber hochladen äh oder ja anzeigen ich habe das glaube ich schon mal gemacht müssen wir gucken ich glaube in meinen Videos ist sogar ein Radiant Grafikkartentreiber mal drin ich hatte mal früher eine Radiant Karte aber ja sollte das nicht bei euch stehen dann habt ihr diese ganze Einstellung nicht G-Sync dann nicht das heißt also nur bei einem G-Sync kompatiblen Monitor habt ihr überhaupt diese Einstellung das heißt wenn ihr sie nicht findet dann ist euer Monitor nicht G-Sync kompatibel oder ihr habt eine amd Grafikkarte und äh einen anderen Monitor deshalb ähm ja auf jeden Fall wann ihr es habt dann Fenster und Vollbildmodus aktivieren hier übernehmen auf jeden Fall und hoffen dass es jetzt keinen Fehler gibt vorhin hat es bei mir nämlich einen gleichen Fehler gegeben so mehrere Anzeigen einrichten wie es schon gesagt wenn ihr mehrere Monitor habt habe ich nicht also von daher Puste gucken Video müsst ihr gar nichts machen das ist da könnt ihr das euch austoben indem ihr in die Videoeinstellungen ein bisschen rumschraubt Scammer hochdreht sonst was könnt ihr Spiele heller machen äh bessere Farben und so weiter das ist alles Geschmackssache ich habe alles so gelassen wie es ist wie gesagt ich habe meinen Monitor äh so eingestellt direkt am Monitor über die Einstellungen äh am Bildschirm selbst und boah das deshalb hier nicht genau ähm das war es eigentlich auch schon wieder ähm diesmal viel länger gelabert als letztes Mal solltet ihr irgendwelche Fragen haben ähm ähm genau dann lasst es mich wissen in den Kommentaren ansonsten verabschiede ich mich erstmal für dieses Video und äh bis zum nächsten Mal Ciao Ciao THANKS AFS AFS N Vielen Dank.